Was sind die Umsatzpotenziale als Marketingagentur und welche Stufen gibt es? Viele haben mich danach gefragt, was für verschiedene Stufen es von Agenturen so gibt am Markt und was die einzelnen Probleme sind. Und ich erkläre dir in diesem Video ganz genau, was das Umsatzpotenzial einer Agentur ist, was ungefähr hängenbleiben sollte auf der jeweiligen Stufe und was so die Shifts sind, die man von Stufe zu Stufe aus machen muss. Ganz am Anfang, so die erste Stufe ist, wenn man eine Marketingagentur oder vergleichbare Dienstleistungen als Nebeneinkommen betreibt, neben einem Hauptjob, den man entweder in Vollzeit oder Teilzeit macht. Man macht dann meistens irgendwie zwischen 2.000 bis 5.000 Euro Umsatz pro Monat. Man hat dann tatsächlich, weil man ja meistens von zu Hause aus arbeitet, wenn man Laptop und Handy braucht und kaum Werbung benötigt, hat man 80 bis 90 Prozent Umsatzrendite. Also hier bleibt fast alles hängen, sodass man sich das Ganze dann als Gehalt so ausschütteln kann und dann entsprechend auch versteuert, wenn man hier Solo ist oder Nebeneinkommen hat. Und das Ziel hier ist erst einmal, diese Umsätze zu verstetigen für mehrere Monate ganz am Anfang von mehreren 1.000 Euro nebenbei, um dann von Vollzeit auf Teilzeit wechseln zu können, irgendwann dann von Teilzeit auf Vollzeit zu gehen. Das ist so ein Prozess, wo wir empfehlen, drei Monate erstmal Cashflows am Stück machen, dann Arbeitszeit reduzieren, weitere drei, vier Monate dieselben Cashflows machen, dann von mir aus auch ganz kündigen. Das ist so die Mindestbasis, 2.000 bis 5.000 Euro, eigentlich sind sogar 8.000 Euro oder mehr pro Monat noch besser, um dann halt voll in das Thema Selbstständigkeit zu wechseln. So ist das Ziel, die Kündigung und ab dann ist man Vollzeit selbstständig, man ist Freelancer. Und die meisten Freelancer machen, auch wenn sie die Hochpreisstrategie fahren, irgendwas zwischen 8.000 bis 15.000 Euro im Monat. Es gibt auch Leute, die schaffen 30.000, 40.000 Euro im Monat alleine und es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der noch mehr Geld macht. Das ist aber nicht sinnvoll, denn es ist nicht der Sinn der Sache, Geld zu horten und sich totzuarbeiten, sondern ein solides Business aufzubauen. Das heißt, für einen Freelancer, der auf dieser Summe jetzt hier Umsatz macht, übrigens noch eine sehr, sehr starke Rendite hat, weil ein Freelancer hat immer noch keine Kosten. Außer jetzt vielleicht ein kleines Büro, vielleicht die ersten Werbekosten, vielleicht gönnt man sich mal eine Website oder beschäftigt noch irgendeinen Subunternehmern noch ein bisschen mit. Aber man hat noch keine festen Mitarbeiter, ja. Und hier ist das Ziel, mehr Geld zu verdienen, ja, aber auch die ersten Mitarbeiter und Assistenten einzustellen. Denn das ist ein ganz wichtiges Mindset, dass man den frühzeitig Assistenten ranholt, frühzeitig abgeben lernt und nicht darauf zu optimieren, möglichst viel Geld zu verdienen, damit man halt den Wechsel zu einer richtigen Agentur machen kann. Denn wenn du im Bereich Marketing unterwegs bist und du bist solo selbstständig, bist du keine Agentur, du bist ein Freelancer, trotzdem, die Begriffe werden synonym benutzt, aber wenn man eine Agentur meint, meint man normalerweise ein paar Leute mehr. Ja, also vier, fünf, sechs Leute, das ist normalerweise eine Agentur. Natürlich verkauft man auch Agentur, Dienstleistung als Freelancer, aber von der Definition her bist du eher ein Freelancer, macht aber nichts, ist ja eine reine Nomenklatur. So, Stufe drei wäre dann, du bist eine richtige Agentur. Ja, du machst 25.000 bis 100.000 Euro pro Monat netto Umsatz, hast je nachdem, wie viel Umsatz du machst, irgendwas zwischen zwei bis sieben Mitarbeitern. Und, ganz wichtig, selbst wenn du 100k machst im Monat, solltest du mindestens nach Abzug aller Kosten, dein Gehalt, Gelder der Mitarbeiter, Werbeausgaben, Büro, Zeug, alles Mögliche, solltest du trotzdem eine Umsatzrendite haben von 50 bis 60%. Wenn du das nicht hast, dann machst du schon was falsch. Ja, da können wir bei Baulig Consulting langfristig helfen, diese Umsatzrendite zu erreichen. Wenn du das nicht hinbekommst, machst du jetzt schon was falsch. Und das ist nur wichtig zu verstehen, dass du diese Renditen auch hältst, denn das Agenturgeschäft macht nur dann sinnvoll, wenn man es schlank betreibt und sehr, sehr viel Geld dabei raus hat. Andernfalls ist es nicht so sinnvoll. Das Ziel hier in der Phase, wenn man eine Agentur hat, ist zu skalieren. Warum? Weil du auf den Punkt kommen willst, wo du in der Lage bist, A, so viel Geld zu verdienen, dass du easy immer all deine Mitarbeiter bezahlen kannst. Und wie gesagt, bei der Rendite lohnt es sich ja auch. Und trotzdem auf den Punkt kommst, wo du nicht mehr eine einfache Agentur bist, sondern ein Player oder ein Marktführer vielleicht sogar in deiner Branche. Das ist nämlich die vierte Stufe und alle fortfolgenden Stufen nach Stufe 4, je nachdem, wie man das Ganze bezeichnen will, ist ein Player slash Marktführer in seinem Markt. Weil zwischen 25.000 bis 100.000 Euro im Monat bist du noch einer von vielen. Du bist eigentlich fast ein No-Name, den keiner kennt. So ab 150.000, 200.000 Euro, 250.000, 300.000 Euro Umsatz und mehr im Monat mit einer Agenturdienstleistung, da bist du ein richtiger Player, da bist du ein Marktführer und da muss jeder deiner Konkurrenten, der weiter vorne ist, die Leute hier, die Leute hier, die müssen sich immer in Verkaufsgesprächen meistens vergleichen lassen mit den Playern, mit den Marktführern, mit den vier, fünf großen Leuten im Markt, die in einer Branche, in der Nische wirklich dominieren. Das heißt, das langfristige Ziel muss schon sein, auf so ein Level zu kommen, über mehrere Jahre natürlich. Du bist ja nicht sofort auf morgen auf dem Level, aber wenn du hier bist, dann machst du halt irgendwie 200, 300, 400, 500.000 Euro Umsatz im Monat netto, hast, wenn du es schlank aufbaust, 12 bis 25 Mitarbeiter, manche haben auch nochmal 7 bis 10 Mitarbeiter mehr und du hast irgendwas zwischen tatsächlich hier 25 bis immer noch 50% Umsatzrendite. Das ist das Ziel. Wenn du das hier nicht schaffst und das Video gerade siehst, du bist auf dem Level, dann sollten wir uns sowieso unterhalten, aber das ist immer noch möglich. Also wir haben bei Baulich Consulting, wo wir seit vielen, vielen Jahren mit über 1000 Agenturen schon gearbeitet haben, diese Renditen hier faktisch gesehen, bei denen, die alles richtig machen. Wenn du irgendwas falsch machst, sind die Renditen niedriger. Ist trotzdem noch ein geiles Business, die meisten Agenturen da draußen haben geringere Renditen, weil sie es halt falsch machen und nicht konkret direkt gelernt haben bei uns, aber das ist das, was möglich ist. Das Ziel hier, wenn du ein richtiger Player bist, ist das Business zu automatisieren, sodass du dich als der Inhaber jetzt zurückziehen kannst und deiner Mitarbeiter die Arbeit machen lassen kannst und du selber sammelst noch eine hohe 5- oder eine hohe 6-stellige Summe jeden Monat in deiner Firma als Profit an, um damit dein Vermögen aufzubauen. Das ist das, was so genial ist am Agenturmodell, dass man hiermit sehr, sehr gute Umsatzpotenziale wirklich ausnutzen kann. Genau, das ist so die Übersicht zu den verschiedenen Stufen. Wie gesagt, das hier kann man binnen weniger Wochen erreichen, weniger Monate, innerhalb eines Jahres kann man das hier erreichen und so nach 2-3 Jahren kann man auf dem Level hier sein. Manche schaffen es schneller, manche brauchen ein bisschen mehr, aber das sind realistische Zeiträume, um das Ganze zu erreichen und es ist machbar. Mit Marketingdienstleistungen, aber auch generell mit Agenturdienstleistungen in vielen Bereichen ist es hier machbar, speziell aber das hier sind aktuelle Stände zu Marketingagenturen. Das sind noch keine Einzelfälle. Wir haben hier wirklich in dem Bereich einfach hunderte Kunden auf dem Level und immer noch wirklich mindestens 100 Kunden oder mehr, die auf dem Level hier sind. Also es ist absolut nichts Besonderes, diese Summen zu erreichen und diese Renditen zu haben beim Agenturmodell. Dass du es verstehst, dass es wirklich normal ist, dass diese Zahlen gemacht werden, wenn man mit der Hochpreisstrategie langfristig arbeitet und so arbeitet, wie wir das unseren Kunden einfach auch mitgeben. Und falls du jetzt das Ganze für dich entdecken willst, wenn du dich fragst, wie komme ich von einer Stufe auf die nächste oder hey, bei mir passt die Umsatzrendite nicht, was mache ich falsch, woran liegt es, dann kannst du auch ein Erstgespräch bei uns buchen. Klicke einfach auf den Link hier unter diesem Video oder geh auf www.adressbaulig.de und trage dich eins zum kostenlosen Erstgespräch. Wir können dir genau verraten, dass das Ganze hier für dich funktioniert. Auch wenn du keine Marktagentur hast, sondern sonstige Agenturdienstleistungen, Recruiting, Digitalisierung und dergleichen solltest du dich bei uns melden, denn die haben vergleichbare Werte. Das kann man über alle Agenturdienstleistungen, die nach unseren Konzepten arbeiten, schon in der breiten Masse vergleichen. Das war's, bis zum nächsten Video, dein Tress Baulig und mach's gut. Mein Name ist Julian Hase, ich bin Geschäftsführer von Marketing Clips und wir helfen stationären Einzelhändlern, ja regional in ihrem Gebiet Kunden und auch Bewerbungen zu generieren. Mein Business hat sich durch das Coaching mit Baulig sehr positiv verändert. Wir haben auf jeden Fall das Team vergrößern können, wir haben die Umsätze steigern können, wir haben auf jeden Fall noch einen besseren Service auch für die Kunden. Ich habe halt eben den strategischen Partner, der mir vorher gefehlt hat, mit dem ich offene Fragen besprechen kann. Der beste Monatsumsatz seit Beginn des Coachings lag jetzt bei 48.000 Euro. Also ich würde allen, die Coaches, Berater, Dienstleister, Agenturinhaber sind, die Zusammenarbeit empfehlen, weil man meint oft, dass man die Dinge selber kann. Auch ich habe das jahrelang geglaubt, habe jahrelang die Videos geguckt, aber mehr nicht gemacht und habe nach einer Woche mich eigentlich gefragt, warum es nicht eher gemacht habe, weil ja diese Hilfestellung, die man hier bekommt und die Unterstützung ist für mich wirklich einmalig, habe ich so noch nicht anders erlebt. Und daher würde ich es jedem empfehlen, der da ja sich ein sicheres Business aufbauen möchte und auch in seinem Business weiterkommen möchte. Wir kommen nach weiter. Und wir kommen nach weiter. Vielen Dank.